Okay, jetzt geht mal wieder weiter mit den Force Duels in The Force Erleashed. Mit dem guten Imperator. Oh, bitte nicht dir. Wie bitte? Wie bitte? Hat der Kapell-Team Laich genannt? Geht's noch? Obi-Wan Kenobi. Sie sind aber ganz schön mutig. Und ich hab nicht Kui-Wes setiert. Oh Gott, du wahr, ich hab Kui-Wes nicht setiert. Mein Finger ist noch schwarz. Ich mach schon mal in der Nähe eines Herzkanisters. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind die mächtig. Ich muss versuchen, mindestens eins sind die kein Problem. Da merkt man, dass ich meine Finger geschwächelt habe. Achtung. Ah, das ist eine Gangbang. Ah, das ist eine Gangbang. Kenobi! Kenobi! Versuch's nur! Das kleine Bitch! Qualcomm stirbt zuerst! Qualcomm stirbt zuerst! Das ist lohrfreundlich! Das verletzt mich einfach! Das ist lohrfreundlich! Das ist ein Rage, oh Gott. Ich habe es geschafft, zwei der mächtigsten Jede ihrer Zeit zu vernächten. Und das war schon hart, das merkt man auch, ne? Oh Gott nein, wir sind jetzt schon am Ende, ach ne, ne, das hat doch gerade erst so gut angefangen. Ah, was, ich muss es, wo bin ich, wo bin ich, da habe ich Wartekugeln genommen, ah. Ah, sorry, da habe ich es geschafft. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Geht aus dem Weg, ihr kleinen Schwuchter. Du kleiner Pisser. Gegen diesen Kampf habe ich gegen die echt keine Gnade mehr jetzt. Ich will das als erstes draus haben. Oh nein. Geht aus dem Weg. Tag. Ah. 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 Ich glaube, ich habe die beiden. Oder? Ich habe Raider. Okay, das wäre das letzte Folge von den Forst Duels. Aber Order 66 wird definitiv noch kommen. Alles klar. Ja. Luke, du bist dran, du Fretzchen. Ja. Ich habe es, die beiden. Du hast nur einen finalen Test. Was denn mein... Mein... Oh mein Gott, ich muss gegen meinen Spender kämpfen. Ah, du Scheiße. Verdammt. Verdammt. Das wird wahrscheinlich noch länger als das mit Windu. Uh. Bereit machen. Oh, das ging schnell. Ah. Danke, Welt. Danke dafür, Welt. Ich muss es nicht gegen Raider kämpfen. Das ist schon mal was. Das ist so ein... Ja. Dieser kleine Pisser. Dann. Da. Jetzt ist wahrscheinlich. Oh. 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 Bitte. Ja. Komm schon. Ich will nicht. Ich will nicht. Ah, jetzt weiß ich, wie man den besiegt. Ich weiß, wie man ihn besiegt. Ich weiß, wie man ihn ganz easy kriegt. Ich muss... Im Nahkampf ist ja nicht so schlimm. Yes. Ich habe ihn. Nein. Ich hoffentlich war das das Letzte. Das geht mir auf die Nerven. Oh. 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 Kapien!